Hallo zusammen, hier ist Kletus von Crown Crew und heute habe ich einen ganzen Sack voll Überraschungen für euch. Ihr könnt also gespannt sein und würde sagen, legen wir doch gleich mit der ersten los. Und zwar ist das hier der Wettbewerb, wo es ja darum geht, den ich zuletzt mal angekündigt habe. Und jetzt habt ihr gesehen, links im Halbmenü Special Ops reinziehen. Auf Solo Play oder auf Deutsch, wie es dort auch immer heisst. Und dann ein bisschen runterziehen zu den Missionen. Noch ein bisschen runter. Jawohl, genau dort, schön, ja. Und dann ist das eben das Stay Sharp hier. Und folgendermassen, es ist ja so, dass auf den verschiedenen Plattformen unterschiedliche Ranglisten sind. Also wird es eben für Xbox, PS3, PC diesen Wettbewerb geben. Beim Wii ist es halt so, gibt es halt auch nicht wirklich einen Wettbewerb. Aber ich würde sagen, probierst du es trotzdem auch mal. Und dann gibt es da sicher irgendeinen Sonderpreis oder so. Aber nicht, dass du jetzt einfach davon ausgehst, dass du sowieso gewünscht. Wenn eine schöne Leistung ablieferst, dann gibt es dann auch ein kleines Preis. Für die anderen ist es eben so, dass hier in der Rangliste der Trepid, wie gesagt, hat es letztes Mal recht geübt. Und ich denke, das ist schon schwierig zu schlagen, diese Zeit. Aber er ist mal aussen vorgelassen, würde ich sagen. Probierst es einfach mal. Einfach am Schluss würde ich sagen, wenn jeder von der jeweiligen Plattform Crown Crew dann in dieser Rangliste drin ist, wäre das eine saubere Sache. Und dann werden wir dann mit den Preisen und allem zusammen schauen, wie das gehandhabt wird. Eben, es wird sicher irgendetwas in Form von auf den Konsolen halt Xbox eben, Xbox Live, Monats-Guetschein. Oder halt Microsoft Points, Playstation-Network-Punkte, Steam-Guetschein, irgend so etwas. Und vielleicht gibt es da auch noch etwas anderes, aber zu dem dann noch mehr. Jetzt wollte ich schnell vorführen, wie das hier aussehen könnte. Und ja, das Score, das ich herlege, ist etwas leicht. Mein Tipp ist einfach, nehmen Sie hier die Pistole auf. Und zwar nicht so verhängen wie ich, sondern einfach, dass Sie die beiden auf dem Stolz gehangen haben und zuerst auch mit dem Tactical Knife draussen haben. Und dann ist es eigentlich so, dass mit den Hüften kommen Sie sehr gut vorwärts. Hier am Anfang verkacken Sie es gerade richtig. Ihr seht, jawohl, feil. Die zwei kann man gleichzeitig verwirrt, wenn man es richtig macht. Und dadurch, dass man hüpft, kommt man wie gesagt schnell vorwärts. Hier kann man natürlich auch um einiges flinker sein. Hier schön mit dem Tactical Knife direkt rein, tiptop. Dann kann man die zwei links hier zusammennehmen. Hier hinten, jawohl. Dann sollte man die Waffe wechseln, dann muss man nicht nachladen. Hier kann man schön durchziehen. Das war jetzt auch nicht so schnell. Die zwei schnell, die auch noch nehmen. Dann hat es hier vier. Von links nach rechts oder rechts nach links. Das ist jedem selber überlassen. Und ihr seht jetzt 32, 34. Das ist nicht wirklich schnell gewesen. Aber es zeigt euch doch so, wie man es machen kann. Schaut euch vielleicht auch das eine oder andere Video im Internet an. Es gibt ein paar richtig gute Tutorials. Aber zuerst muss man es auch selber noch machen. Darum ja, viel Erfolg würde ich sagen. Und die Dauer von diesem Wettbewerb würde ich vielleicht so auf zwei Wochen beschränken. Und dann schauen wir das nochmal an. Ihr werdet jetzt sicher tausende Fragen haben. Das ist auch in Ordnung. Vielleicht habe ich auch ein paar Sachen gar nicht erwähnt. Stellt die in den Kommentaren, checkt die ab. Und dann gibt es sicher in den nächsten Tagen noch ein Antwortvideo auf eure Fragen. Das wäre es jetzt mal vom ersten Teil gewesen. Und der 2 sieht folgendermassen aus. Der OneShotDigital oder PC Crown Crew, der B-Promi, hat sich hier bei ShirtCD ein paar Sachen überlegt. Und hat einfach durch mal so ein T-Shirt oder mehrere T-Shirt Vorschläge gemacht, besser gesagt. Ihr seht hier gerade eigentlich mit dem Logo. Und unten dran Crown Crew gibt es in den verschiedenen Farben. Schwarz gibt es nicht, aber beim Rest kann man einiges auswählen. Und dann gibt es ein zweites, wo das erste Shirt nichts auf dem Rücken hatte. Das sind jetzt hier oben links einfach das kleine Logo und hinten drauf, dann das grosse. Und der Text und das dritte ist glaube ich das gleiche, wenn ich mich nicht täusche. Sonst kannst du mich hier auch noch schnell korrigieren. Wir können euch das Zeug mal anschauen. Und das Geile ist eben, dass man dann mit Individualisieren rechts kann man eigentlich sozusagen dann den Text noch ändern. Und zum Beispiel anstatt Crown Crew dann halt einfach den Namen rein, wie jetzt sehe ich hier Crown Cletus. Und kann dann rechts auch noch die Schrift da richtig anpassen, weil es verändert. Und dann könnt ihr schnell ins oberen Feld reinklicken und dort dann die richtige auswählen. Das kann man dann auch noch umplatzieren, Zeug und Sachen. Aber ich denke es ist gut, wenn man sich alle so ein wenig an das Gleiche halten kann. Und ja, ein paar von euch haben es sich schon überlegt. Merci eben für den Vorschlag, Jungs. Wirklich geile Idee, dass man ein Paar bestellen kann. Und die Sache ist einfach die, grundsätzlich ist es halt so, wenn man das Zeug dann bestellt, kann man es sicher mit einer grossen Menge, wenn ein Paar dabei sind, an einem Ort bestellen. Und dann muss man es halt von dort dann wiederum weiter verschicken, was ein wenig Portokosten verursacht, aber sich eventuell schon lohnen. Das müssen wir mal abklären. Darum habe ich gedacht, das soll doch jeder, der Interesse hat, das auch noch da irgendwie in die Kommentare schreiben. Ich weiss, es wird wirklich viel in den Kommentaren reingeschrieben, auch ein Wert bei diesem Video. Aber wie gesagt, ich check mir das Zeug ab und so und dann könnt ihr das hinterlassen, wenn ihr Interesse hättet. Überlegt euchs. Und das letzte Thema von diesem Video ist folgendes. Der Crownswifty auf der Xbox hat mich hier angesprochen und ich weiss auch, dass andere auf anderen Plattformen gerne Search & Destroy spielen. Und das ist aber auch sein Lieblingsmodus. Und er hat sich eigentlich jetzt überlegt, wie wäre es, wenn man vielleicht sechs Leute finden würde pro Plattform, wenn Interesse vorhanden ist. Es ist absolut kein Muss. Aber wenn sich dort sechs Leute finden würden, die gerne zusammen Search & Destroy spielen, würde es sich ja auch lohnen, wenn die zwischendurch ein paar Runden zocken würden. Man würde es ein wenig lernen können. Man würde Taktiken lernen. Und ich meine, wenn es dann mal zu einer Clan Wars kommen würde oder so, irgendeinen Wettbewerb nehmen und es würde Search & Destroy gespielt werden, wäre das ja sehr geil. Wenn man dann ein Team schon hat, das nicht aus Leuten besteht, die zwischendurch vielleicht mal Search & Destroy spielen, sondern solche, die das einfach wirklich geübt haben. die Maps können, wissen, wie sie gegenseitig vorgehen können, kommunizieren und all das. Also ich denke, das wäre schon noch etwas, was wir empfangen. Jetzt, wie gesagt, auf der Xbox ist der Crownswifty. Unter der Beschreibung noch schnell seinen Namen, dass das auch jeder schnallt. Und ja, wenn ihr Interesse habt und bei Crown Crew dabei seid, könnt ihr euch gerne bei ihm melden. Und dann würde er das so klein managen und mal schauen, wieviel das sich melden, was man dann für Möglichkeiten hat. Wäre ganz cool. Wenn ihr auch mitmachen wollt und ihr jetzt da einen von den Abonnenten oder allgemein Zuschauer, Zuhörer seid und ihr noch nicht bei Crown Crew seid, könnt ihr euch bei mir melden. Einfach hier auf YouTube schreiben. Und dann können wir das zusammen anschauen und von dort aus weiterziehen. Wie gesagt, ich finde es ganz eine coole Idee. Es wäre super, wenn so etwas zu Stand kommt. Es ist sowieso früher oder später und dann mal nach, dass man auch ein wenig Teams bilden würde. Aber immer noch daran denken, es soll dann nicht irgendeine Abspaltung geben oder so. Oder wir sind hier und sorry, wir spielen nur das und so. Der Spass soll weiterhin im Vordergrund stehen. Es geht auch nicht darum, einen Schnäbe-Vergleich zu machen, sondern rein einfach um Spass. Aber wenn sich Leute zusammenfinden, die einen gewissen Spielmodus bevorzugen, der nicht so häufig gespielt wird, ist das schon mal ein ganz guter Anlass, zu etwas auszuprobieren mit diesen Teams. Darum hierher könnt ihr euch melden. Am besten gerade beim Swifty oder bei mir, beim Crown Cletus. Ihr werdet das schon richtig machen. Auf jeden Fall, jetzt wünsche ich euch einen schönen oben. Verarbeitet mal die ganzen neuen Informationen. Vielleicht müsst ihr das Video sogar nochmal anschauen. Aber anyway, stellt einfach wirklich alle Fragen, die ihr habt. Und ihr beantwortet das dann. Vielleicht nicht gleich drei Minuten nach dem, dass ihr sie gestellt habt. Aber auf jeden Fall in den nächsten Tagen vielleicht individuell und die, die dann häufig gefragt werden in einem Video. Schönen Abend, macht's gut. Ciao zusammen.